Herzlich Willkommen zu einem neuen Video über Krypto. Heute schauen wir uns den Bitcoin-Chart an. Es sieht nämlich wirklich hässlich aus, Leute. Also ich bin normalerweise ein sehr, sehr bullischer Typ, aber es kommen hier einfach ein paar Indikatoren aufeinander, die treffen hier aufeinander, die nicht so gut aussehen. Ich werde euch das gleich zeigen, was passiert ist immer in der Vergangenheit, wenn genau diese zwei beziehungsweise drei Situationen aufeinander getroffen sind, wie es dann weitergeht. Und das war wirklich nicht toll. Ich hoffe, und das ist meine Hoffnung, dass unser starker VPVR-Support uns aufhaltet und uns vor einem größeren Absturz bewahrt. Sollte das nicht sein, bin ich ready mit einer Short-Position, die unter den VPVR losgeht, beziehungsweise öffne ich auch einen Limit-Long-Order in weiter unteren Bereich, damit dann so eine Art Legendary Trade eröffnet werden kann, den wir dann von weit unten in die Höhe skalieren. Dazu halte ich aber in meiner Telegram-Gruppe noch genauere Infos dazu bereit, weil man muss natürlich auch über kleine Fake-Outs in den unteren Bereich dann vorbereitet sein. Was ich auch habe im letzten Video, könnt ihr euch sehen, ich habe euch gesagt, ich habe einen so Secret-Indikator, den man nutzen kann, um mehr oder wenig fast zu 100% genau vorausgesagt bekommen, wann man Long und Short gehen soll. Wir testen das gerade in einer exklusiven Gruppe. Ich habe heute zum ersten Mal drei Trades gesetzt. Zwei sind gleich profitabel gewesen. Ein dritter war komischerweise, ich habe mich ein bisschen emotional leiten lassen, aber obwohl ein Profit ist laut Bybit, aber ist das Bybit-Test nicht. Wir testen das gerade wirklich nur mit Spielgeld. Wir möchten nicht, dass jemand Geld riskiert, wenn wir gerade Risikotestung machen. Und da habe ich 4 Dollar Minus. Aber das zeige ich nach anschließend des Bitcoin-Shout. Schauen wir uns jetzt im Bitcoin-Shout an, und wir sehen, es ist sehr, sehr hässlich, was ich jetzt zeige. So, und wir sind jetzt im Tages-Shout. Bitcoin, US-Dollar. Man sieht hier, ich habe schon ein bisschen was eingezeichnet und vorbereitet. Es ist wirklich nicht so schön, was hier gerade passiert, weil, und ihr wisst auch, wie viel ich eben halte von den Daily EMA, und der hat oder hat seine Flippung, oder sein Flip nach unten, ich scrolle hier nochmal ran, eigentlich schon durchgeführt. Wenn wir jetzt heute nicht wahrscheinlich nochmal einen richtigen Candle nach oben bekommen, sehe ich da auch nicht mehr wirklich so rosig, dass wir wieder hier nach oben gehen. Und dann ist der Flip nach unten auf jeden Fall einmal zu Ende. Und in der Vergangenheit, da schauen wir uns gleich an, was hier immer passiert ist, wird es dann eigentlich hässlich werden. Ich habe hier das X, weil wir haben das in der damaligen Zeit auch gehabt. Warum mache ich dieses X hier? Das zeige ich dir gleich. Ich mache nur den RSI, den MACD ein bisschen größer. Und was ist hier beim MACD? Wir haben den MACD hier. Wir haben Blau und der Rausch gleichzeitig, die hier am Weg nach unten sind. Und normalerweise, wenn die zwei kreuzen, also beide den MACD hier in den Balken berühren und nach unten kreuzen, plus der Flip, beides zusammen, plus der Flip vollendet ist, dann hat Bitcoin eigentlich immer einen Move nach unten gemacht. Und deswegen hoffe ich sehr stark, dass uns diese gelbe VPVR Candle hier wirklich noch aufhält, weil, und das werdet ihr gleich sehen, wenn ich das jetzt ein bisschen verkleinere hier und wir ein bisschen ranscrollen. Ich habe noch die Pinsel offen. Hier hatten wir das das letzte Mal. Ich zeige dir das hier nochmal. Ich scrolle hier ein bisschen runter. Was hatten wir hier? Wir hatten hier den Daily Ribbon, der nach unten geflippt ist, wie man hier sieht. und wir hatten hier gleichzeitig beide MACD-Indikatoren, die nach unten gegangen sind und beide berührt haben. Nur so als Vergleich, das ist in der Vergangenheit nicht ganz so oft passiert, dass beide irgendwie den zusammen nach unten berührt haben. Wir waren hier einmal weiter unten, hatten einen ganz kurzen Touchpoint, sagen wir mal so, aber was hier nicht war, wir hatten den Daily Flip nicht. Nur, dass man das vergleichen kann. Gehen wir aber weiter, das war es ja noch nicht. Wir hatten das in der Vergangenheit hier nochmal. Hier dasselbe Szenario. Der Daily EMA hat hier geflippt. Und wenn ich hier den MACD jetzt wieder öffne, was ist beim MACD unten passiert? Der MACD hat hier, aber auch mit einem sehr großen Schwung von oben nach unten, hat er eigentlich hier beide Touchpoints gehabt und ging dann weiter nach unten. Und wie gesagt, es war auch hier wieder so, dass es nur mit dem Flip zusammen war. Und was wir hier aber jetzt noch nicht gemacht haben davor. Ich meine, diesen Downside oder diesen Downtrend hier, den habe ich noch gar nicht berechnet. Wenn wir rechnen, was hier runtergegangen ist, das waren 40%. Das war richtig abnormal. Möchte ich aber zeigen, was hier passiert ist. Hier hatten wir, glaube ich, 20% knapp. Also hier hatten wir einen Dump von knapp 19%, 18% circa. Wann war das das letzte Mal? Wir hatten das hier dann auch in dem Fall. Aber hier war ein bisschen ein, ja, ihr seht das eh. Ich zoome hier noch einmal ein bisschen ran. Wir hatten hier die Möglichkeit, also nicht die Möglichkeit. Wir hatten hier den Flip ein bisschen nach unten. Der hat nicht ganz funktioniert. Der Markt ging weiter runter als der Flip. Aber wir haben hier dann den Flip vollendet und dann ging es nach unten. Das heißt, dieser Touchpoint davor war jetzt nicht ganz korrekt und wir haben es dann noch einmal gehabt. Aber der Downside war wieder mal richtig brutal von dem Bitcoin. Wenn wir uns das ausrechnen, waren hier 40%. Also richtig, richtig böse. Und wenn man jetzt sagt, okay, das waren natürlich große Märkte damals. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet in der Vergangenheit, als der Bitcoin noch viel weniger wert war. Und einfach auch die DL-IME geflippt haben nach unten, was eben in diesem Fall war. Ich zoome hier noch ein bisschen ran, dann sieht man das wieder besser. Und hier hatten wir das auch. DL-IME hat nach unten geflippt. Und gleichzeitig haben beide MACD-Indikatoren, sind hier unter die Balken beziehungsweise haben sie sich berührt und sind nach unten gegangen. Und was hatten wir hier? Wir hatten hier, glaube ich, auch 18% noch mal circa, die nach unten gingen. Und das einzige Mal, das einzige Mal, das möchte ich jetzt auch gleich machen, wir haben hier das noch einmal gehabt. Ich möchte das auch noch kurz zeigen. Wir hatten hier dasselbe. MACD-Touchpoint-IME nach unten, das war ein richtig böser Flip. Aber der Unterschied hier, das war März 2020. Wir wissen, was hier war. Das war leider dieses Weltereignis mit der Seuche oder dem Virus. In dem Fall, was uns jetzt noch retten könnte, was ich vielleicht ein bisschen Hoffnungsschimmer habe, warum ich auch sage, ich hoffe, dass dieser VPVR sehr hilfreich ist, was wir haben als Candle. Wie man hier sieht, passiert hier genau gerade dasselbe. Ich scrolle hier noch ein bisschen mit dem MACD in die Höhe. Wir haben hier, okay, das wollte ich, haben hier zwar den Touchpoint von beiden von oben nach unten, wir haben hier den erwarteten Flip und das ist wirklich das einzige Mal im ganzen Chart, was ich gefunden habe. Der Flip wurde aber nicht ganz vollendet. Er wurde so zusammen gesqueezed, möchte ich fast sagen, wie es jetzt gerade bei uns vorne der Fall ist, also am aktuellen Zeitpunkt. Aber der Flip, was man hier sieht, ist nicht ganz vollendet worden. Aber es hat hier eben die Möglichkeit gegeben, dass hier doch noch die Entscheidung umgedreht wurde und wir dann danach, und das muss ich sagen, gleich danach, halt wieder richtig in die Höhe gegangen sind. Aber das war halt auch nicht von langer Dauer, das waren ein paar Monate und dann hat der Flip nach unten. Aber für die damalige Zeit, wir müssen sagen, wir haben 8.000 bis 11.000. Das war natürlich auch schon ein Wahnsinn. Und deswegen bin ich ein bisschen besorgt, weil der Daily jedes Mal, und ihr könnt das in den Chart zurückverfolgen, eben jedes Mal, wenn der Daily EMA einen Flip hatte, nach unten, wirklich einen komplett abgeschlossenen Flip, haben wir auf jeden Fall einen Downside-Trend erlebt, nochmal zu dem, was wir hier vielleicht eh schon hatten, weil der war ja schon heftig, aber der Flip hier, man sieht das hier, der ist so richtig zahm gedrückt und nicht ganz so nice. Deswegen vorbereitet sein, ich halte euch am Laufenden, wie ich vorgehen würde, ich würde auf jeden Fall in diesem Bereich hier weiter unten eine Short setzen und in diesem Bereich irgendwo eine Limit Long setzen. Kommt aber alles in der Telegram-Gruppe. Ich habe da noch nicht, by the way, ich habe gesagt, wir haben hier diesen Chart, diesen Indikator, der eigentlich alles anzeigt. Geh long, geh short, geh long, geh short. und jedes Mal, wenn das eben passiert und man nimmt das hinein, der Pfeil dauert meistens ein bisschen, kann man sich hier vorstellen, man hat hier, ich mache das immer mit einem 10x-Habel, wir machen das gerade in der Gruppe auch mit dem Bybit Testnet mit 10x. Im normalen Trade würde ich auf keinen Fall einfach so eine Trade 10x-Habel eröffnen, muss ich auch sagen. Aber hat man 5,6% auf 10.000 Dollar Position, sind das 56 Euro, die man da rausholt, also 1000 Dollar mit 10x, sind das 56 Euro. Und wenn man das so weiterschaut, also waren heute die ersten Trades, die ich hier getestet habe, ich bin hier verspätet hinein, man sieht das hier, ich habe 37,24 Profit hier gemacht, das habe ich verabsäunt, da war aber eh nicht viel, wir haben aber hier, und das muss man hier auch sagen, man sieht ja hier diese extrem lange Konsolidierungsphase, die hier herrscht und trotzdem konnte man in der Konsolidierungsphase, ist jetzt nicht viel natürlich, ein bisschen Profit machen, aber mir geht es darum, ich möchte gerade risikotechnisch einfach testen, okay, er sagt, long gehen, ich gehe long, man sieht ja, ich bin immer ein bisschen später hinein, wenn ich es nicht gleich mitbekommen habe, habe hier meinen Profit hinausgegangen, bin hier auch short gegangen, bin leider emotional, warum auch immer, trotz Spielgeld, ein bisschen zu früh hinaus, hatte zwar 18 Dollar Gewinn oder so, trotzdem hat er mit den Fees und den Gebühren, irgendwas hat nicht ganz hingewiesen, 4 Dollar Minus, ist aber bei Betest nicht, ja, und hier hat er gleich einen long angezeigt, hier wieder einen short, aktuell, jetzt würde ich momentan, man sieht ja, nur sideway, da ist eigentlich sehr wenig vorhanden, jetzt stoppe ich das nämlich auch, aber sehr, sehr interessant, ich halte euch am Laufenden, was den Indikator angeht, weil, wenn man hier einfach blind drauf loslegen kann, okay, jetzt short, jetzt long, es gibt ein bisschen Zusammenspiel, ich werde das noch genauer erklären, über den Tag verteilt, ja, nicht nur, ich mache natürlich meine Swing Trades, die über viele Tage, Wochen und so geht, mache ich weiterhin mit großen Positionen, aber ich rede hier so, jetzt teste ich das immer mit 1000 Dollar, möchte ich aber dann erhöhen auf 5000, 10.000 Eigenkapital, später einmal, wenn ich sehe, das funktioniert, deswegen, ich möchte das alles austesten, wirklich im Detail, bevor ich weitere Infos gebe und dann an euch loslasse, seid gespannt, in der Telegram Gruppe haben wir jetzt exklusiv etwas, wo wir das alles zusammen ein bisschen testen, Feedback ist momentan sehr gut, sind alle am testen, weil mehr Augen, mehr User, die das testen, umso mehr Feedback habe ich dann für euch, deswegen liken, teilen und Elex nicht vergessen, vor allem abonnieren und Glocke aktivieren, damit es solche Sachen nicht versäumt, aber wenn ich das rausbringe, da wird es wirklich eine exklusive Gruppe geben, wo wir da zusammen sind, als wir eigentlich dann alle einfach so rauslassen, weil da möchte ich halt schon wirklich vernünftige Trader drin haben, das ist nicht so eine Riesengruppe, wo wir sagen, wir sind wirklich aktiv am Traden und setzen dann neben den großen Trades ein bisschen etwas um. Das war's, vielen Dank fürs Zusehen, ciao, ciao.